Und aus Karlsruhe ist uns jetzt die Vorsitzende des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg zugeschaltet, Angelika von Löper. Guten Abend, Frau Löper. Guten Abend, Frau Halber. Bei uns in Baden-Württemberg ist es ja genauso wie in anderen Bundesländern auch. Es zeigt sich, dass Maghreb-Flüchtlinge überproportional an Straftaten beteiligt sind. Bevor wir darüber reden, was man dagegen tun kann, würden mich mal die Gründe interessieren. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Gruppe so auffallend straffällig wird? Ja, wir glauben, dass diese Gruppe gerade besonders aus Menschen besteht, die in extremer Armut aufgewachsen sind, die schon sehr viel Gewalterfahrung hinter sich haben und die dann eben nach Europa kommen, um zu versuchen, eine Perspektive für die Zukunft aufzubauen und dann hier sehen, dass sie mit ihren Planungen nicht weiterkommen können, weil es für sie keine legale Möglichkeit gibt, hier ihr Leben zu etablieren. Sie fordern ja deshalb ein Einwanderungsgesetz von der Politik. Was würde das konkret ändern? Ja, das würde einfach bedeuten, dass es einen legalen Zugang nach Europa geben würde und eben die Möglichkeit geben würde, dann hier in Europa sich legal eine Arbeit zu suchen und das Leben zu etablieren. Jetzt dauert es ja natürlich manchmal, bis die Malen der Politik da gewirkt haben. Was könnte man denn ansonsten tun, um da präventiv drauf einzuwirken? Ja, ich denke, man müsste versuchen, mit aufsuchender Sozialarbeit, mit sozialen Projekten zu implementieren, etwa vielleicht auch Streetworking, mit dieser Gruppe, mit den einzelnen Menschen in Kontakt zu kommen und mit jedem Einzelnen versuchen zu sehen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, eine Perspektive zu entwickeln, die diese Menschen eben von dem falschen Weg abbringt. Aber das klingt nach einer Menge Sozialarbeiter und es wäre auch mühsam, ne? Das ist sicherlich nicht einfach, aber ich denke, es wäre doch die Möglichkeit, den einen oder den anderen da von der schiefen Bahn wegzuholen und es wäre einfach die Möglichkeit, dann diesen Menschen etwa eine Lebensperspektive zu entwickeln. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Angelika von Löper, die Vorsitzende des Flüchtlingsrats. Dankeschön. Sehr gerne.